Ja, meine Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier im Hochsauerlandkreis in der Stadt Schmallenberg. Raus aus den Verboten, rein in die Ermutigung und Ermunterung mit neuen Technologien. Wir reden nicht mehr nur über Wachstum und Steuern und diese Themen und ich möchte, dass wir die in Deutschland sehen und nicht nur in Amerika, in China, in Norwegen, in Finnland. Die müssen hier stattfinden und dazu werde ich ganz konkrete Vorschläge machen.